Musik Am 8. Mai ist es wieder soweit. Endlich, nach zwei Jahren Pause. Der 20. Heilbronner Trollinger Marathon. Dieses Jahr leider ohne Marathon. Dafür aber mit unserem neuen 10-Kilometer-Lauf. Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern, die uns bei diesem Lauf-Event unterstützen. Diesen Lauf widmen wir Herrn Gustav Jenne, unserem Trollinger Urgestein der ersten Stunde. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen tollen Lauf. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR